Herzlich Willkommen zu meinem neues Let's Play Projekt Jagdfieber Open Session. Dieses Projekt habe ich vor, diesmal komplett durchzuziehen. Und dies wird im Einzelspieler diesmal gespielt. Viel Spaß. Und wir starten nun mit Dinkelman Träume. Ich muss dazu sagen, dieses Spiel ist für mich nicht blind. Dieses Spiel habe ich schon damals in meiner Kindheit gerne gespielt. Und soweit ich weiß, letztes Jahr oder vorletztes Jahr als Livestream gestreamt. Ich werde versuchen, dieses Spiel zu 100% zu Let's Play. Jedes Level wird übrigens ein Part darstellen.